Herzlich willkommen bei S21-Bau-TV. Also ich begrüße Felix, unser neuer Mitkämpfer. Er macht jetzt sein erstes Video mit der Sony-Videokamera. Und zwar hier im Wohnratsbau sehen wir neue Gerüste. Ich zoome mal drauf. Das ist offensichtlich, dass die dann irgendwann gehoben werden und mit den kleinen Platten dann, kleinen Anführungszeichen, an der Wand festgeschraubt werden. Das Ganze als Einrüstung. Damit wir unten durchgehen können, ohne bei den Renovierungsarbeiten irgendwas abbekommen zu können. Und ich hoffe, Felix macht das gleiche Video. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.